Also ich weiß nicht, ich bekomme in letzter Zeit nur Scheiße in den Kisten. Irgendwie... So Leute, was geht? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Survival Games. Mal wieder mit Shader, das hat euch ja letztes Mal so gut gefallen. Und da mein PC in der Lage ist, das ganz easy mit Shader hier aufzunehmen, werden wir das natürlich jetzt auch nutzen. Ähm, ist mal wieder meine erste Runde heute, ich war gerade noch weg, bin gerade erst am PC gekommen und eigentlich sollte ja jetzt auch Community Time kommen. Nur gestern ist halt auch schon nicht Survival Games gekommen, deswegen wollte ich jetzt lieber Survival Games machen, um dann jetzt nicht komplett das ausfallen zu lassen, sondern nur mit einem Tag nachzuhinken. Und der wird uns jetzt killen. Immer diese Leute, die einen killen müssen, wenn man keine Sachen hat. Alles klar! Also es ist halt so, ich hänge jetzt einen Tag nach und deswegen wird es jetzt leider so sein, dass ich jetzt einen Tag nachhänke. Alles klar! Community Time kommt gegebenenfalls am Sonntag und das kann jetzt leider etwas öfter passieren, weil ich im Moment ziemlich viel unterwegs bin und ziemlich viel Schulstress habe. Äh, äh, weil, äh, ja, es stehen ein paar Arbeiten und so. Also ich weiß nicht, ich bekomme in letzter Zeit nur Scheiße in den Kisten. Irgendwie... Der hat einfach schon eine volle Rüstung mit, mit, mit Steinschwert. Ja, ja. Okay, da habe ich zum Beispiel jetzt wieder recht gute Sachen bekommen, halt Holzschwert. Ja gut, ist jetzt nicht gut, aber... Oh, die Abus-Panzer. Das ist nicht schlecht. Und ich weiß nicht, ob ich irgendwann, äh, wie, wie man das ausstellen kann, dass man die ganze Zeit Party in Weiß bekommt, weil ich bekomme die ganze Zeit Party in Weiß. Aber ich kann natürlich nicht immer reingehen, weil ich meistens mit Kumpels spiele, wenn ich jetzt so richtig kackendreist abstauben, oder? Nein. Ja, perfekt, Alter. Fokust natürlich direkt um. Und, äh, die Friends werde ich natürlich immer annehmen. Das wird sie natürlich nicht ändern. Also, äh, damit ihr mir nachjumpen könnt, damit ihr keine Ahnung was machen könnt, mich beobachten könnt, wenn ihr Bock habt. Okay, zwar... Oh, nein! Da haben wir ihm noch eine nette Kombo gegeben zum Schluss. Das ist nicht der Hammer, aber ich mache ja immer nur so ein paar Laber-Gameplays. Nur, dass ich diesmal nichts zu labern habe. Ich war in der Eishalle. Ist das erste Mal nichts passiert. Nichts Großes. Loll, er hat ein Eisenschwert. Bitte. Bitte geht drauf. 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 Oh mein Gott, bitte geht drauf. Oh mein Gott, bitte geht drauf. Ja! Gott sei Dank, Alter. Oh mein Gott. GG. Gut, Leute. Das war ein ganz gutes, kurzes Video. Es ist halt einfach so, im Moment habe ich ein bisschen Stress in der Schule und so. Aber es geht natürlich alles klar. Ich habe natürlich... Also, ich verliere natürlich die Motivation nicht. Es ist immer noch die krankeste Motivation. Vor allem euer Feedback in letzter Zeit ist mega geil. Freue ich mich übertrieben drauf immer, die Kommentare zu lesen. Ja, ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Wenn du es gefallen hast, hast du gerne eine positive Bewertung da. Schaut morgen vorbei und ja, haut rein und ciao.